Musik 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 Hallo Officer, warten Sie auch auf den Schiff? Ja, ich warte auch auf den Schiff, mal gucken was anliegt Alles klar, warten wir mal, gucken Ah, da kommt er ja schon Ah, da ist er Officer Bulle, Officer General, wir suchen einen verdächtigen Autodiem Letzte Sichtung war bei Autoerotika Verdächtige Person ist ca. 1,80 groß, dunkel gekleidet und kräftige Statur Vorsicht, er ist bewaffnet Äußerste Vorsicht ist geboten, bei Gefahr unverzüglich schießen Okay, dann fahren wir mal hin Einsteigen, auf geht's Fahren Sie vor Officer Bulle Einsteigen, auf geht's Einsteigen, auf geht's Fahrten Schiff, Fahrten 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 Gibt mir Feuerschutz. Jo. Ja, machen wir. Geht klar, Chief. Jetzt ist er nicht. Okay. Was machen wir jetzt, Chief? Ab hinten die Autos. Wir fahren zurück zum Revier. Okay. Stell. Da ist er. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Rein, hinterher. Ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir stillen ihn! Abfallen lassen! Legen Sie sich auf den Boden! Sofort! Auf den Boden legen! Er hat ein Opfer erschossen! Er ist tot Wasser aufgeknallt! Er ist tot! Aber wir wollen mit dem Schiff transferieren! Wir stellen dem Boden, ein Stück für ein Bogen! Das ist noch ein Bogen! Dann geben wir uns auch mit dem Boden! Wir zeigen uns kein Bogen! Wir sehen uns im Hintergrund, nur eine Bogen! Im Hintergrund, der da der Üben wird, dass wir die Bogen nicht abgeben! Wir jetzt den Bogen nicht abhalten, Wir stellen Sie die Bogen nicht abgeben! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020